Was? 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 ja marse du hast deine auto nicht nicht einbezogen und euer trupp ist voll wir haben einsatzziel caesar erobert wir haben einsatz Wir haben Einsatzziel Friedrich eröffnet. Ich geh'n sich was. Ich geh'n sich was. Ich geh'n sich was. Ich geh'n sich was. Nicht. Wir verlieren Einsatzziel Caesar. Wir verlieren zwei Weiß. Wut. Wut. Was? Ja. Wut. Was? 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 Wir haben Einsatzziel David verlobt. Wir haben Einsatzziel David verlobt. Naja, ich merk das schon. Wir haben Einsatzziel David verlobt. Wir haben Einsatzziel Cäsar verlobt. Wir haben Einsatzziel David 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 verlobt. Ich nicht. Wir haben Einsatzziel David verlobt. 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 Wer ist denn noch so? Simon, ja. Der ist übertragen, ne? Cool. Und Anne? Ne, ne, es geht nur wegen der zwei Bildschirm, weißt du? Ne, deswegen ja, deswegen frage ich halt wegen, weil sonst hab ich wieder, ähm... Ja, einfach, genau, das ist dann sinnlos. Wie laufen die Befehle, Feldwebel? Simon, wo ist das? Das hier, äh... Bei Battlelog. So, so. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Geil. Befehle, Feldwebel! Ne, versuch gar nicht. Jetzt ist er... Dann kannst du's machen. Munition, hier! Ey, ich bin schon immer rund, ich bin nicht so schlecht. Und? Wie lassen die Befehle? Nein, ich mein, allgemein... 1.000 Runde, das ist ein Krisenbarnchen. Ja, okay. Runde krieg ich das nicht. Wie sieht's mit Befehlen aus? Fasche Munition! Eine Runde. Wir müssen das Ziel erobern! Hier, Munition für dich! Ich bin dann nicht... Also, ich.. Wenn er keine Befehle abgibt, ist logisch! Wenn er keine Befehle abgibt... ist logisch! Ach. Ich will so was nicht loswerden! Was für euch besser... Wir haben Trasher, munition! Wir haben noch nicht auf... Wir haben noch nicht auf... Das Ziel da! Erobern! Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Den Rums Bums oder was? Ich hab mal einen Trupp zugemacht. Ich hab mal einen Trupp zugemacht. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Ich hab mal einen Trupp zugemacht. Ich hab von vorne und von hinten beschissen. Da soll ich Punkte kriegen. Ich hab grad jetzt mal 1.000 Ehen gehofft. Vielleicht zu einer. Kommt zu dir. Der unten ist wiederbelebt. Sehr schön. Rechts liegt noch einer. Der Sniper gleich hoch. Achtung. Oh ja. Ich hab's gemerkt. Kommt. Da kommt zwei. Wir werden sich das Ziel erobern. Wir werden sich das Ziel erobern. Wir werden uns nicht mehr. 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 Abonnieren. Oh nein. Sandy bekannst du dir das? Es gibt mehr animationen. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Hier, Munition! Hier, Munition! Mist Ja weitere der Hellwies aber ist Ich hab die Hellwies Der hellrige Werk, der hellrige erweitert, gibt's gar nicht. Ja, aber das ist definitiv nicht erweitert. Da ist auch ein Standbein dabei, äh 2-Bahn. Die haben sich so festgesetzt bei D, also D ist es glaube ich. Ja, BB meine ich. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Habt jemand Munition? Hat jemand Munition bestellt? Ich hab so keinen Bock mehr auf den Scheiß-Sturm-Bildarten. Ich verteidige das Ziel bis zum letzten Mann! Ich hab' je gehörst. Herobert dieses Ziel! Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Nein, du siehst durch den Scheiß-Gas-Nebel überhaupt keine Sau, wirklich. Ich muss wirklich Glück haben, dass du das Mund voller siehst, meine Damen. Ja, es läuft nicht brav, aber es wird nicht rein, ja. Ich hab' mir alle Türen aufgemacht. Ich hab' mir alle Türen aufgemacht. Wir haben eine gute Arbeit! Wir haben eine gute Arbeit, die Sie nicht mehrştieren! Wir haben eine gute Arbeit! Das Ziel verteidigen! Hier, Munition! Hier! 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 wir haben einsatz ich hab dem nicht mitbekommen ich werde so wahnsinnig alter wir haben einsatz ziel und emil erobert rein und ist tot Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir dürfen das Ziel nicht verlieren, verteidigt es! Hä? Oh, Mist. Wir haben die Oberhand. Wir sind alle draußen vor der Tür, die wir vorhin ausgesucht haben. Ich habe keine Lust auf arbeiten. Wir haben Einsatzziel David eroberte. Polizisten hier! Wir haben es nicht da. Hmm. Ach, Mann. Polizisten für dich! Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Polizisten, geradezu! Oh, Mann, wo kommen wir denn? Oh, im Finster! So, nur noch eine Ecke ist jemand drin. Ey, kommen noch tausend Punkte. Noch tausend Punkte. Ah, okay, wir haben sich schon wieder vermehrt. Wir haben Einsatzziel David. Und du siehst dann drei, vier Leute nochmal spawnen, Alter. Das geht mir so auf die Eier. Das Ziel dort, erobern! Hier, was du nachher hast! Oh, ich hab' die jetzt drin gehabt. Oh, wieso haben wir eigentlich keine Sanitöte dabei? Ja, ich auch, aber ich bin grad meine Klassen voll. Turmsoldat ist die einzige Klasse, die ich noch nie auf 50 hab. Fick dich, Alter! Fick dich! Wo denn? Da bist du! Weg! Ich frag mich nur, ob ich es wirklich schaffe, durch Stein zu schießen. Auf! 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 im einsatz ziel aber das ist dieses ziel um jeden preis halten wir haben einsatz ziel ja ich bin kein versorger jetzt fehlt mir echt noch der sturm soldat dann kann ich endlich wieder meinen sonnetöter spielen aber das sniper mit den ganzen infanterie waffen finde ich wir haben einsatz ziel da jetzt monik schon Geh mal vorhin! Du bist um Adios, was du so schaffst Ich hab da vorne! Nee, da oben ist noch einer Oben ist noch einer Ich hab keine Ahnung mehr genug können Ich hab keine Ahnung mehr Von hinten, von hinten mit der Panzerbüchse Von hinten Das Wort Joan H Ich krieg ja manchmal goldene Medaille, ich weiß nicht warum Wir haben Einsatzziel Albert verloren Wir haben Einsatzziel David erobert Mit einem Schuss 145 Schaden gemacht, das ist schon lustig Das höchste was ich mal hatte mit einem Schuss Also mit Brandgranaten Das waren 300 Ich weiss nicht wie viel da rein Mit der Schwurtflinte Zwei Stunden hintereinander Also ich weiss nicht, ich hab eh nur Zwei hab ich getötet dadurch, aber Und jetzt nur halb, Held hat mit 8 Schaden gemacht Held hat es manchmal nervig Jaa, Schwurtflinte Jaa, Schwurtflinte Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert Ziele erobern, los doch Hier, Munition für dich Wie kommst du denn hin? Jaa, alles wird dabei Ich hoffe, dass ich jetzt umgehe Ich hoffe, dass ich jetzt umgehe Allein Hier, freche Munition Wir haben Einsatzziel Emil verloren Das Ziel ist verloren Wir haben Einsatzziel Albert erobert Ach, da brennt Und 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 Aaaaah Wir haben Einsatzziel Bertha erobert Schade, da hat nicht gebrannt Alter, ich hatte bis eben 7-1 beim Gegner Jetzt hat er mich mal erwischt Hehehehe Wir müssen dieses Ziel verteidigen Naja, drei Kills mehr Und das wär mal die längste Dämmerserie gewesen Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren Wir haben den irregeler Wir haben die Handpalmer Die Handpalmer Schade, der wird erholt Das geht jetzt um Wir haben ein Einsatzziel, Cäsar, erobert. Ich treffe jemanden, ich weiß auch nicht wen, ich nehm dich. Das geht noch, hier sind nur die, abgemacht. Neue Sicht, ne? Ja. Wir verlieren Einsatzziel. Wir haben einen Einsatzziel, Cäsar. Mist. Einer läuft die Brücke runter und ist unten an der Brücke und läuft seine andere Brücke wieder hoch. Ich weiß, das war gerade ein Geistdeutsch. Ach, ihr seid hinten bei E, warum ist das achten? Ich bin bei E. Der Ziel darf nicht fallen! Verteidig das! Hier, Munition für dich! Wir haben Einsatzziel, Cäsar, verloren. Der Feind hat die Oberhand! Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Wir haben Einsatzziel erobert! Wir haben Einsatzziel erobert! Hier, nimm! Position! Wir haben Einsatzziel, Cäsar, erobert! Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert! Ist nicht mal Stacheldrahtbande... Er kann nicht durch eine Stacheldrahtbande sterben! Hä ne! Ich bin... Wir kontrollieren alle Einsatzziel! Wir haben Einsatzziel Bertha verloben. Wir haben Einsatzziel, Cäsar, verlohnt. Ja, was ist das verdammt jetzt hier? Nach der Runde bin ich aber immer weg. Morgen früh raus. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Geht's! Geht's! ich weiß ja nicht bei schloss siehst wo sehe ich das noch mal bei soldaten ich das jetzt schon mehr ich habe jetzt hier warte ich habe jetzt hier acht ich bin mal weg ich wünsche eine gute nacht ich bin mal weg 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Polonel? Ja, hier ist ein Polonel der Begegnung, Polonel Leutnant ist ein Polonel. Polonel ist der unterste Rang, oder höchste Rang ist General. Generaldüten, natürlich. Es ist Polonel, wir können doch gerade maximal fahren. Können wir nicht Generaldüten nehmen, damit ich immer was mache. Ach so. War es gestottet? Ja, dann gibt es auch das eben. Okay, gestottet. Ah, steht sogar hier im Startmenü mit den Dings. Ah ne, 50.000 Punkte, nicht 5.000. Ja. Drei Runden. Ja. Pfff. Auf der Berufssicht. Ich bin gewunder, dass es nicht gegen mich auch. Ach. Naja. Ich bin voll verständbar, als habe ich so einen E-Penis, dass ich ihn zur Runden gebracht habe. Ach, ach, ach. Ach, ach. Du machst mal zwei von einem Elemente, wenn du bist bei der Nass. Ja, und da fiel es mal ein. Ja, ja, das ist ein bisschen, dass ich mich nicht gesehen hatte. Ja, das ist ein bisschen, was ich mich nicht gesehen hatte. Ja, das ist ein bisschen, was ich nicht gesehen hatte. Ich habe jetzt, ja schon, was war das jetzt, warte mal. Ich habe jetzt schon 53798. Warte mal, Mensch. Ich habe jetzt 35.000, ich brauche 15.000 Punkte. ja stolz das war schon klar was zu was ich habe gesagt stotte du was ich sehe nichts es ist mir egal die übertragung ist trotzdem oder aktuell mal startseite obwohl die bilder kabane soldat store mehr was nun über das verlässt mich jetzt hier ein was kriege ich oben links eine benachrichtung von ea das geile ist das geile ist es gibt es gibt immer jede woche gibt es immer das gleiche hier spiel eine runde wasch gewinne eine runde wasch machen vom eiserspiegel scharf die das ding gibt es jedes jede woche es geht an welt was für was von orten du gerade anschaust ja 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 jetzt beitreten das und bin ich wieder chef wir haben einsatzziel albert erobert ja juhuui wir müssen diese ziel um jeden preis halten der hat nur 15.000 punkte ich habe gesagt in einer runde schaffe ich das jetzt das will ich jetzt sehen wir haben einsatzziel caesar erobert da waren so noch platz dazu du hast doch gemerkt hallo ich habe das das ist das ist noch mal das ist du hast du nicht du hast die 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 Da ist er. Du hast, ähm, mehr Schaden. Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten! Fische Munition! Fische Munition! Verteidig das Ziel! Wenn ich hier was am anderen Sektor anmachen soll, musst du nur gescheit sagen. Wir haben ein Einsatzziel, Cäsar. Das Ziel da! Erobern! Munition, greift zu! Der Sniper! Die Snipen hier, die Idioten! Am Bahnübergang, das ist das eine Haus da. Schalter? Schalter? Ähm... Ähm... Hier ist einer. Wir heißen das. Wir heißen von den Bahnen, die kommen schon alles, aber... Die Tür... Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig! Ja... Nicht... Schalthäuser! Schalthäuser! Oh, von hinten! Ich dachte... Das soll aber eins darstellen! Oh ja, komm! Die Masse, das Masse! Man kann's Augen übertreiben, ja! Das sind wie die ganzen Nörgleich für GTA... Na, das DLC ist gut, ist teuer! Mach mal kurz, ich hab ja schon kostenlos rausgekommen! Hier, Munition für dich! Danke! Dann teile ich das Ziel! Hier, freche Munition! Tausend Dank, Mann! Hier, Munition! Tausend Dank! Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Erobert dieses Ziel! In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützen-Kit verfügbar. In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützen-Kit verfügbar. Ach! Mann! Ey, die Snavos sitzen echt überall! Ich tu schnell noch einmal Armarkieren, weil ich hab da reingedacht. Das sind die Snav. Der war auf 20 bis 40. Weitereo Mann! Wer hat mich dann noch mal zu findest, dass er eine kleine Rechte beschleunigt平. Die Snav! Die Snev! Er ist gut. Erobert! Sie sind die Geforsche. Erobert! Wir haben Einsatzziel, Friedrich, erobert. Wir haben Einsatzziel, Friedrich, verlohren. Ja, oben in den Haus, da ist es in der Entschuldigung. Aber prüben. Und an Bahnhäusern drinnen. Wir verlieren Einsatzziel Emil. Und die sind in den Haus, dort genau, wo die Mauer fehlt. Gut zu wissen. Scheinten sehen, ist nicht an der Wille. Aber der gleich. Wir haben Einsatzziel David erobert. Wir haben Einsatzziel Emil verlobt. Wir haben Einsatzziel Bertha verlobt. Wir haben sie mit dem Sperr. Und wir haben das Gäste. Wir sind auch schon bei der wir im Sperr. Das ist ein Föger. Und wir haben eine Föger. Aber wir haben das Gäste. Was hat jemand noch nicht schon? Da komme ich raus. Der Mann ist schon. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Eingetroffen, 117. Ich kann nicht einen Feind treffen. Ich habe gerade mal 2.220 Punkte. Ja, 2.200. Ich brauche 15.000. Ja, so. Polition, hier! Danke, Kameraden! Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Ohne Scheiß. 8, 7, 6 und 4, 3. Anger! Wir sind hier. Wir sind um die Kampfer. Das ist das Problem. Wir sind um die Kampfer. Das ist das Problem. Was ist das? Schau mal, Alter! Was ist das? Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Hier ist die Zehn im Treppenhaus bei... Hier ist er gestorben. Auf einer Brücke hinten. Ich weiß gerade nicht, welche Brücke das ist. IC. IC war das Ding. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir verlieren Einsatzziel David. Fünf, sechs, sieben. Ach du Scheiße. Die sind 14 Meter von dir entfernt. Simon. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Halt, wir haben die Oberhand. Wir haben Einsatzziel Alba. Hier, Munition für dich. Achtung, im Haus sind welche. Sieben Meter, neun Meter. Zwei sind oben. Und drüben ist aussieht auch. Drüben ist aussieht auch. Ach. Halt. 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 Ich hab's aber auch allen gar nicht gemacht, weißt du? Wie stimmt das? Ah, der hat gekickt. Aber hier? Das ist... Gibt's da keine, weißt du? Ja, weil... Ja, weil er am ersten saß und bei Sven, weil sie auch noch übelst in den Stepp hier sind. Da holt die da... Erobert das Ziel dort! Hier, freche Munition! Ich setze hier weg! Gah! Hat jemand Munition bestätzt? Danke, Junge! Wir verlieren Einsatzziel Bernhard. Wir attackieren das Ziel! Lass die Zeit noch! Hä? Was? Oh klar mit dem Panzer! Wir haben Einsatzziel David verloren! Ich hab' schon gewonnen, was schießt denn so extrem? Wie kommt denn? Oh, finster! Echt, da stand denn immer, ja? Achtung, oben! Was haben die für einen Granatenhalter? Für ne Wucht! Was haben denn die für einen Granatenhalter? Für ne Wucht! Das war ne Spielergranate, ey. Ich war eigentlich viel weit, viel zu weit weg, damit ich mich noch treffen könnte. Ich war schon zu weit weg, damit ich mich noch schaden zufliegen könnte auf 100%. Wir verlieren einsatzziel Bernhard. Ich schätze das Ziel! Noch nie! Ich schätze das Ziel! Scheiße! Hier, Munition! Wir haben Einsatz von Albert erobert. Hier, Munition! Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir sind jetzt auch schon voll auf Studium. Hier geht's wohl. Hier, Munition! Hier, Munition! Wann du das? Ich brauche vielleicht Call of Duty, was er gelesen hat. Nein, ich kann noch nie was... Das ist gut. Das für Multiplayer, ja. Wir haben das Einsatzziel Bertha erobert. Das größte Problem einfach nur ist, ja, die Spieler spielen nicht ein Team. Jeder macht einfach was, sucht sein eigenes Ding da durch das Team. Da sind selbst die Leute von, ähm, warte, COD, ja so. Jetzt ist es hier auch ein Team, aber irgendwie für die Battlefield kriegt das Camp hin, selten hast du das. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Nicht wirklich, nicht wirklich. Ja. Ja. Ja, ich bin. Ich bin. Ja. 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 wir haben kein panzer und nicht so haben die mit den gemacht auch einer von wie viel wir haben einsatz ziel albert das ziel dort ja kenne ich aber auch leute sage ich immer schreib machen die warum haben die einen sprachnachricht ja ich mach du ja oder antworten zu der post der sprachnachricht das ist das ist das 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 Und das ist dann die Haut von mir ab. So, an die Eier. Hä? Wie könnt ihr mich treffen? Durch die Mauer. Müsst du die Mauer hier umfallen, bevor ich den Schaden bekomme? Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Es ist ja schön, dass ihr auf Heiser oder Putt geht, aber dann ist die Pappel. Hier, ich habe ein bisschen Munition übrig. Ich vergesse ich dir, Lisa. Sehr Munition. Danke. Wenn die Leute keine, wenn die Munition verlangen, ja. Aber weiter rennen. Ja, das ist doch trotzdem Munition. Das ist doch. Munition für dich. Wir müssen das Ziel erobern. Mach das, ich bin bei mir. Boah, das ist klar, der ist nicht überlebt. Jetzt, Mann, jetzt schon. Mach das, ich bin bei mir. Der Panzer ist scheiße. Okay, jetzt habe ich abgeschossen, der Panzer wahrscheinlich. Was ist denn? Wir sehen, dass wir 50.000 Punkte haben. Punktestand? 8.000. Was? Ich habe es verstanden. Das muss ich nach einer Runde das aktualisiert. Nein, ich bin jetzt mal raus. Ähm, leider. Ja, das muss ich nach einer Runde das aktualisiert. Das war's für heute. Das war's für heute. Wie lauten die Befehle, Feldwebel? Oh, oh. Unsere Befehle, Feldwebel. Unsere Befehle. Wir haben Einsatzziel albert erobert. Jetzt neue Befehle. Wir lauten unsere Befehle. Ich verteidige das Ziel bis zum letzten Mann. Vorwärts, erobert das Zieldorf. Ich verteidige das Zieldorf. Danke! Braut jemanden Munition? Hier, fesche Munition! Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Halt! 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 속! Detlefon! Halt! War der ziel! Halt! Hlt! Halt! Wir haben das Einsatzziel Werther erwartet. Wir haben das Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben das Einsatzziel. Wir haben das Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben das Einsatzziel Werther verloren. Wir haben das Einsatzziel. Wir haben das Einsatzziel erobert. Wir haben das Einsatzziel. 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 Wir haben das Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben das Einsatzziel. Wir haben das Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben das Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben das Einsatzziel. Wir haben das Einsatzziel. Wir haben das Einsatzziel. Ja, aber nicht! Hier ist die Granate! Wir haben Einsatzziele David erobert. Wir haben Einsatzziele Albert verloren. Wir haben Einsatzziele David verloren. Wir haben Einsatzziele David erobert. Wir haben Einsatzziele David erobert. Wir haben Einsatzziele Albert erobert. Unser Luftschiff ist unterwegs. Wir haben Einsatzziele David verloren. Wir haben Einsatzziele David erobert. 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 Wir haben Einsatzziele Albert verloren. Wir haben Einsatzziele David erobert. 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 Der Feintanzer, da drüben. Der Feintanzer, da drüben. Was passiert? Nicht aufgeben! Feintlicher Fasch! Der Feintanzer, drüben. Der Feintanzer, Ilma. Die vom Steakum! Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Erobert dieses Ziel! Wir haben eine große Herausforderung. Hey, Munition. Danke. Munition für dich. Wir haben Einsatzziele. Hier, Polizio. Der Feind hat eines unserer Ziele gemacht. Erobert das Ziel! Der Feind kontrolliert alle Einsatzziele. Wir sind durchgebrochen. Wir dürfen jetzt nicht aufnehmen. Wir haben Einsatzziele da. Das Ziel dort, Erobert. Geht zu, das ist so weit. Das Ziel, die einenerfenster nachbauen. Der Feind kann man einen gewaltigen Reaktion. Wir müssen uns aufnehmen. Wir sind hier. Wir müssen aufnehmen. Das sind die Erreaktion, die ihr überzogen. Die Erreaktion! Das sind die Erreaktion. Das ist für die Erreaktion. Wir haben Einsatzziel da wie verlobt. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir haben Einsatzziel. Wir haben Einsatzziel dort. Das Ziel dort. Munition hier! Munition, grad 2! Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Wir haben Einsatzziel Caesar. Wir haben Einsatzziel. Wir haben Einsatzziel. Wir sind hier. Auf hier! Schnell! Wir exponieren! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Wir haben Einsatzziel Albert 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 verloren.